Seht mal die prächtige Rüstung. Sie glänzt wie Gold. Muss mindestens einem Eltern oder einem General gehören. Ich werde feststellen, wartet hier nicht nur ein Achtung. Nicht zu glauben, die Rüstungen aus der Waffenkammer kommen anmarschieren. Sie sind bis an die Zähne bewacht und das Allertalste, es steckt niemand in den Rüstungen. Das verstehe wer.